Hey Freundes, Philipp von abmischenlern.de und heute geht es um das Thema, wie bekomme ich Verzerrungen aus bereits aufgenommenen Audiospuren oder Vocalaufnahmen, wie auch immer. Es gibt da auf jeden Fall ein Tool, was ich für mich entdeckt habe. Welches das ist, sage ich euch gleich. Bevor es losgeht, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr jemanden kennt, der ähnliche Probleme hat oder viele verzerrte Aufnahmen macht und immer so einen verzerrten Sound irgendwie hinbekommt, dann teilt doch unbedingt das Video mit demjenigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das verbreitet oder wenn euch die anderen Mixing-Tipps weitergeholfen habt, dann verteilt auch gerne die. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tut. Jetzt aber zu meinem Plug-in, welches ich euch heute mal vorstellen will. Dazu muss ich sagen, ich habe das selbst gekauft. Ich habe da auch keinen Kontakt zu der Firma. Das habe ich, wie gesagt, gekauft. Das war irgendwie 30 Euro, ist ein Bundle gewesen. Und da war dieses Plug-in halt drin. Und ich habe es auch deshalb gekauft, weil ich viel Gutes davon schon gehört habe und ich es halt mal selbst ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, es funktioniert wirklich wunderbar. Das kann man wirklich sagen. Wie gesagt, ich schwärme selten für irgendwelche Plug-ins, jetzt spezielle Plug-ins. Aber in diesem Fall muss ich da auch mal die Lanze brechen. Aber wie gesagt, das hilft mir auf jeden Fall deutlich weiter. Denn ich bekomme öfter mal, sage ich mal, viel von YouTubern auch irgendwelche Musik zum Mischen geschickt. Und die sind nicht so erfahren, was jetzt Aufnahmen angeht. Also einige schon, aber viele auch nicht. Und aber auch von vielen Hobbymusikern einfach, die auch noch nicht genau wissen, wie man das macht. Aber ihr kennt das Problem sicherlich. Man singt irgendwas emotional ein und hat das vielleicht nicht ganz so ausgepegelt, aus welchem Grund auch immer. Und auf einmal hat man so einen Zerreffekt drin. Denn wie ihr den wegbekommen, möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar gibt es da ein relativ cooles Plug-in von iZotope ist das Ganze. Nämlich, das nennt sich, hier ist es, die Clip. Wie gesagt, das ist in diesem Bundle drin, irgendwie RX Standard heißt das. Das kriegt ihr auch immer mal im Angebot für 30 Euro. Ich glaube, normal kostet das irgendwie 130 Euro. Muss man mal ein bisschen abwarten. Aber dann habt ihr auf jeden Fall ein cooles Plug-in. Und warum das so cool ist, zeige ich euch nämlich jetzt. Ich zeige euch erstmal meine Aufnahme hier, was ich wieder hier gerissen habe. Über Steuern von Audio-Material. Da muss man sagen, es greift sogar jetzt schon ein. Über Steuern von Audio-Material. Ja, da habt ihr jetzt schon den ersten Effekt gehört, denke ich mal. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon einen Unterschied gehört habt. Aber hier ist es auf jeden Fall so, das war schon an und es hat schon leicht die Zerrung rausgenommen. Und nicht so krass, wie wir das jetzt einstellen wollen. Aber wie gesagt, viel muss man hier auch gar nicht einstellen. Nämlich eigentlich nur die Qualität. Die würde ich immer auf High packen. Ist ganz, ganz wichtig. Weil, ja, wie gesagt, wir wollen ja das Audio-Material im Endeffekt nicht schlechter machen. Und die Bearbeitung, der Algorithmus läuft dann auf einer höheren Qualität, was natürlich wichtig ist. Was ihr beachten solltet, ist, wenn ihr das auf mehrere Spuren packt, dann wird das eure CPU wahrscheinlich, ja, an den Rand fahren. Oder dass euer Computer dann spinnt irgendwann. Deswegen, ähm, vielleicht, wenn ihr das wirklich auf jede Spur packt, weil alle Spuren irgendwie, 20, 30 Spuren irgendwie übersteuert sind, auf welchem Grund auch immer, dann lohnt es sich vielleicht, das einmal separat zu machen in einem Projekt und die Spuren dann rauszuexportieren. Weil dann habt ihr später im Mix nicht so viele, ja, CPU-Probleme, sag ich mal. Das noch am Rande. Ansonsten, ja, kann man hier den Threshold einstellen. Man kann hier auch noch Input, Output, aber das wollen wir alles gar nicht. Das, äh, ist egal an der Stelle jetzt. Das können wir auch dann hier rüber regeln oder wie auch immer. Aber macht schon Sinn, dass das hier drin ist. Ist auf jeden Fall nice to have. Aber wichtig ist halt, Qualität auf High zu stellen und dann den Threshold richtig einzustellen. Wie gesagt, es hat jetzt sogar schon reagiert, aber ich möchte es mal übertreiben. Übersteuern von Auto. Material. Und da denkt man sich, was für ein Quatsch ist das denn? Das liegt daran, dass ich den Threshold einfach viel zu krass eingestellt habe, ja. Also der nimmt das quasi so das ganze Material unter Beschlag und das klingt natürlich furchtbar. Das wollen wir nicht. Dieser Threshold-Wert, den sollt ihr euch jetzt auch nicht von mir einfach abgucken, sondern da müsst ihr gucken, wie das zu eurem Material passt, ja. Also da muss man hier ein bisschen immer hin und her fahren mit dem Threshold und dann irgendwann, ja, so einen guten Kompromiss finden, sag ich mal. Übersteuern von Audio-Material. Übersteuern von Audio-Material. Übersteuern von Audio-Material. Und ich muss ehrlich sagen, hier, das klingt schon extrem gut, ja. Also wenn man jetzt das hier ausmacht. Übersteuern von Audio-Material. Dann hört ihr das wirklich die ganze Zeit zerren und sobald das an ist. Übersteuern von Audio-Material. Klingt das wirklich wieder grundsolide, sag ich mal. Also damit kann man arbeiten. Mit dem anderen hätte man echt Probleme, das gut in den Mix zu bekommen, weil es die ganze Zeit zerrt. Das wird ja auch nicht besser durch Komprimierung und so weiter. Das wird ja alles noch verstärkt sozusagen. Und hier haben wir jetzt wieder ein Signal, mit dem man wirklich wunderbar arbeiten kann. Deshalb wollte ich euch das Plugin einfach mal vorstellen. Wie gesagt, guckt es euch an, wenn ihr Tipps habt. Irgendwelche Plugins, die das genauso gut kennen. Weil wie gesagt, ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe kein anderes bisher gekannt, was das so gut macht. Wenn ihr da andere Tipps habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwelche Plugins haben, die das vielleicht noch besser und noch einfacher können. Wie auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin dann immer offen für alles. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall so, bin ich echt ziemlich angetan von dem Plugin. Weil es wirklich was macht, was ich so noch nicht kannte. Nämlich diese Verzerrung aus der Spur lösen. Und das ist extrem wichtig, dass ihr cleane Aufnahmen habt. Wie gesagt, am besten ist es natürlich, wenn ihr gleich ideal aufnehmt. Aber das ist natürlich manchmal nicht so garantiert. Manchmal vielleicht auch aus der Emotion heraus, wie man performt und so weiter. Aber ja gut, hier könnt ihr das dann im Endeffekt retten. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Falls ja, wie gesagt, abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr das tut. Und teilt das Video auch mit anderen Leuten, denen das auch helfen könnte. Sei es Bandkollegen, Freunde oder anderen Musiker, die ihr irgendwie aus dem Freundeskreis oder wie auch immer kennt. Ich freue mich extrem, wenn ihr den Kanal teilt oder wie gesagt das Video. Und wenn ihr meine 5 besten Mixing-Tipps haben wollt, dann könnt ihr euch die jetzt kostenlos runterladen. Und zwar einmal oben im Video werde ich das Ganze verlinken und einmal unten in der Beschreibung. Und wenn ihr dort auf diesen Link klickt, dann kommt ihr auf meine Seite, wo ihr einmal eure E-Mail-Adresse eintragen müsst. Und im Gegenzug bekommt ihr quasi mein E-Book. Das ist mit keinerlei Kosten oder sonstigen Sachen verbunden. Alles, was ihr darüber hinaus bekommt, ist ein kostenloser Newsletter sozusagen. Also wie gesagt, keine Kosten und sobald ihr irgendwie keinen Bock mehr drauf habt oder euch das nicht weiterbringen sollte, könnt ihr euch jederzeit problemlos austragen wieder, abmelden. Genau, das war das Wort. Und ja, deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja, und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Das ist Philipp von Appen-Schneiden.de. Ciao.